Gut, dann Basti, was hast du? So, ich habe Hardware mitgebracht. Ich habe neulich ja schon mal in der, ich glaube das war so in der Postshow angesprochen, dass ich mir, dass ich Kopfhörer suche für Sport machen und zwar Kopfhörer mit ganz wenig Kabel und mit ganz viel Bluetooth drin und ganz super und fallen nicht raus und sind nicht blöde und was weiß ich was und so weiter und so fort. Und die Reichweite von deiner Hose durch deinen Körper bis in die Ohren. Die sollte gegeben sein, man sollte so ein Telefon in die Hosentasche stecken können und dann an den Ohren trotzdem noch was ankommen. Man muss jetzt so sagen, ich bin jetzt nicht wahnsinnig groß, dass man sagen kann, naja gut, 10 Meter reichen halt nicht, sondern ich bin eher so ein Stumpen. So, dann habe ich mir als allererstes gedacht, ich kaufe was vom Qualitätshersteller Denon und habe mir den Denon Exercise Free gekauft, der fantastisch sitzt, der keinen Scheiß macht, alles gut, der ein bisschen seltsam aussieht, echt potthässlich aussieht und so halt auch, naja. Also es sind nicht die schönsten, aber sie saßen gut und der Klang war gut. So, das Problem ist jetzt... Das waren hier diese Hörgerätmäßigen. Genau, das sind diese Hörgerätmäßigen. Der Vorteil an diesen Hörgerätmäßigen, der Kopfhörern generell ist, das Gewicht liegt auf der Oberseite von dem Ohr auf und hinterm Ohr. Das heißt, wenn irgendwas am Kabel zieht, ist es nicht so schlimm. So, genau, das sind die. Ich bin natürlich jetzt da auch ein bisschen speziell, weil da könnte jetzt der Nächste kommen und sagen, ja, pass mal auf, da gibt es doch hier diese Sportdinger, die dann irgendwie so mit Bügel nach hinten, bla, blub, und über Ohr, nein, ich brauche In-Ears, weil ich bin ja noch ganz speziell, ich mache mir so spezielle Ohrstöpsel, Plöppel auf die Kopfhörer, die so auch Schall von außen durchlassen, damit ich auch höre, ob mich jetzt von hinten ein Auto überfährt. So, dann habe ich diese ausprobiert, bin dann, saß dann im Büro aufgesetzt, diese Exercise Freak aufgesetzt, Gerätenetage ging, alles super. Gut, wenn man sitzt, ist man so ein bisschen leicht nach vorne gelegen, man ist eh müde, im Bürokopf schlägt auf der Tischplatte auf, da ist die Verbindung dann kürzer. Dann rausgegangen zum Laufen und sofort, so bei jedem Schritt, Verbindungsabbruch, dann habe ich gesagt, gut, dann probiere ich es mal mit gehen, Verbindungsabbruch stehen bleiben. Ja, geht schon öfter mal, aber wehe, du bewegst dich dann wieder. Also, die Denon-Kategorie war da nicht so gut, die haben auch noch nicht so gute Bewertungen, dann bei Amazon, also immer dasselbe Problem. Dann habe ich die zurückgeschickt, habe mir von Philips die SHB6017 Sport-Bluetooth-Kopfhörer gekauft. Sind das die hier? Ja, sind sie da dran. Wer ist denn der Mann? Das ist ein Robot. Du, warst der Test-Roboter, oder? Nein, guck mal in die Wikipedia. Oh Gott. Völlig raus ein Konzept gebracht. Die Philips-Dinger sind auch so hörgerätmäßig, sitzen nicht so gut wie die von Denon, sind ein bisschen schwieriger einzustellen. Wie heißen die nochmal, bitte? SHB6017. Natürlich. Ja, ja, da kam, ich war ja, ich war erstaunt, dass Denon da so einen griffigen Namen, weil die hat, weil die, die sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie Receiver haben, die griffige Namen haben. So, dann habe ich diese Philips mir gekauft, diese Philips auf die Ohren gesetzt, war vom Sitz nicht ganz so begeistert. Die sind mir auch mal währenddessen runtergerutscht, aber schlecht war es nicht, sagen wir es mal so. Also die wären auch sonst vom Sitz gegangen. Das Problem ist, die haben auch diesen, diese Distanz, dieses Distanzrollen. Ach, die ist vielleicht, das stand vielleicht noch mein iPhone, schon der zweite, nee, ist nicht mein iPhone. Ich habe mit anderen versucht, selben Problem. So, dann gab es beim Aldi mal welche. Das sind so direkt In-Ear-Stöpsel, wo direkt das Kabelchen rauskommt, hinterm Kopf langläuft und alles ist gut. Und die waren ganz okay, die sind aber nicht ganz mit meinen Ohren kompatibel gewesen. Und dann habe ich halt weitergesucht und habe die von Plantronics, und die habe ich dabei, die Plantronics Backbeat Go 2. Das sind auch so kleine Stöpselchen, die man sich direkt in die Ohren steckt. Und die haben auf der einen Seite, die haben zum Beispiel nichts, was um die Ohren rum geht, sondern sie haben so eine Gummilasche, die man sich in die Ohrmuschel reinhängt und dann sind sie daran irgendwie fest. Also dann sitzen sie daran im Ohr fest. Also ich mache mir den halt da rein, setze dann dieses Gummi, diese Gummilippe in meinem Ohr fest und dann sitzen die da halbwegs fest. Dann ist da ein Kabel dran, was so 30, 50 cm lang ist zwischen Ohr und Ohr und da setze ich sie rein. Zwischendrin keine Batterien, nichts, sondern das ist alles in dem Kopfhörer drin, hält ungefähr vier Stunden und klingt ganz ordentlich. Das waren jetzt so die kleinsten Kopfhörer, die kleinsten Sportkopfhörer, oder nein, die kleinsten Bluetooth-Ohrhörer, die ich finden konnte, die mit meinen Ohren funktioniert haben. Und die sind so als Allround-Ohrhörer, so für unterwegs sind die ziemlich gut, weil die haben kein Problem damit, dass das iPhone in der hinteren Hosentasche oder in der seitlichen Hosentasche ist und die Kopfhörer da, wo sie hingehören, in den Ohren, sondern die funktionieren einfach und sind halt sehr, sehr, sehr klein. Allerdings, dadurch, dass sie nicht hinterm Ohr langlaufen, muss man die einmal richtig ins Ohr reingesteckt haben, damit sie vernünftig sitzen. Und man hat so ein bisschen das Problem, da dieses Kabel, das 35 cm lang ist, hinten so ein bisschen runterhängt und man läuft zum Beispiel, dann schlägt dieses Kabel halt auch gerne mal irgendwie auf die Schultern auf. Und nachdem es keine Zugentlastung über die Ohrmuschel gibt, wie bei den, zum Beispiel bei den Denon, der Denon-Variante, scheppert das natürlich ein bisschen, weil die sind nicht entkoppelt. Also sind es die idealen Sportkopfhörer? Nein, das sind sie sicher nicht. Es sind für mich so die idealen Allround-Kopfhörer, weil die kann man halt auch so mitnehmen, die sind halt sehr, sehr, sehr klein. Und sie kommen in einem kleinen Täschchen, wenn man die Version mit dem Täschchen kauft natürlich. Was ich eine total lustige Idee finde, da ist unten ein kleiner Akku drin, ein Micro-USB-Kabel, da kann ich sie anstöpseln, in die Tasche reinstecken und dann aufladen. Und das Kachel selber, also das Schächtelchen selber, kann ich auch nochmal aufladen. Und so habe ich eine Tasche, in der ich das Ding verstauen kann, damit sie das Kabel nicht aufwickelt und sie gleichzeitig auch noch laden, weil dadurch, dass sie sehr, sehr klein sind, haben sie natürlich jetzt keinen riesen Akku drin. Das heißt, die Laufzeit ist so vier Stunden Dauermusikbetrieb. Ist in der Tasche ein Akku schon? Genau, da ist ein Akku drin. Ah, okay, okay. Und das ist recht cool, das kostet halt ungefähr zehn Euro mehr, wenn ich die Version mit Tasche nehme. Ich finde es halt grundsätzlich wegen der Tasche selber, also allein, dass ich halt ein Täschchen habe, das halt dafür passt, das ist so ein bisschen dickeres Täschchen, also es sind auch ein bisschen stoßgeschützt da drin. Das ist schon mal ganz gut, aber dafür, dass ich halt dann auch noch ein Akku-Pack mitbekomme, der mir halt als Powerbank dient für meine, für die Kopfhörer, die dann auch relativ schnell wieder aufgeladen sind. Das fände ich schon sehr, sehr angenehm. Und ein kleines weiteres Detail, was ich persönlich ganz toll fand, ist, dass das USB-Ladestecker-Teilchen, das mitkommt, das schleift einen USB-Port durch. Das heißt, wenn ich es dann mit dem Rechner auflade, geht der USB-Port nicht verloren, was ich eine ganz coole Idee fand. Wie lange zum Aufladen? An was? Ja. Also ich habe zu Hause in der Küche ja so ein 12-Watt-Netzteil verbaut. Da brauchen sie vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten, bis sie ganz voll sind. In dem Täschchen, muss ich gesehnen, kann ich es nicht genau sagen, weil da stecke ich es halt immer rein und schmeiße es irgendwo hin. Und sie sagt dir, sie redet mit dir. Also da sitzt eine kleine Dame in deinem Ohr, die dann sagt, hey, es ist jetzt Headset Connected und Battery-Level Medium. Und die Kopfhörer übertragen auch ihren Batteriestatus in die Statusleiste vom iPhone. Oh cool, 3R7? Genau, das finde ich sehr, sehr angenehm. Das machen, glaube ich, die Denon zum Beispiel auch. Das machen die vom Aldi auch, wo ich sehr, sehr erstaunt war, weil die ja nur 30 Steine kosten. Ich meine, wir reden hier bei den Plantronics-Dingern von so 90 Steinen, 80 Steinen, je nachdem. Und ja, da war ich bei der Aldi-Version. Hast du eben gesagt, du trägst es so hinten rum oder geht auch vorne rum? Ja, das muss ich mal noch ausprobieren, ob das vielleicht besser ist. Da habe ich halt normalerweise immer das Problem, dass mir da das Kabel dann irgendwie hier rumbömmelt. Muss ich beides mal ausprobieren. Ich habe das heute noch mal in verschiedenen Richtungen ausprobiert. Und das geht schon. Also das ist jetzt kein totales No-Go. Plantronics hatte mal die irgendwie Backbeat 903. Die kann man auch noch irgendwie immer bei Amazon kaufen. Aber das ist wohl ein Auslaufmodell. Die hatten so einen Bügel hintenrum. Und wenn die sonst technisch ähnlich gut sind wie die Backbeat Go 2, dann ist natürlich noch mal was anderes. Der Vorteil an den Backbeat Go 2 ist halt, dass sie so klein und unauffällig sind, dass ich die halt auch ohne mir seltsam vorkommen zu müssen, weiß ich nicht, irgendwo öffentlich in der U-Bahn oder irgendwas im Ohr haben kann. Was halt mit diesen Sportkopfhörern schon sehr, sehr seltsam sind. Also ich hatte jetzt auch von den Denon Exercise Freak, ich hatte die in Knallgelb. Das fällt schon auf. Ja, da kommt auch der Name nicht von allzu weit her. Also ich meine, du siehst in Deutschland jetzt weniger, aber vor allem in Frankreich und UK sehe ich ganz viele Leute so mit diesen großen Beats in der U-Bahn sitzen. Ja, hier finde ich sind es auch genug. Also ja, kann man machen, muss man halt nicht. Also ich habe gehört, es gibt noch ein weiteres Kopfhörermodell, das wohl das Nonplusultra ist von Jaybird. Die kosten aber dann gleich 150 Euro aufwärts. Und ich war ja mit den Exercise Freak schon eigentlich an meiner Schmerzgrenze und selbst die Plantronics mit 80 Euro, das ist schon für so ein bisschen Flubbel, dass man sich in die Ohren steckt, schon viel, viel Geld. Was hat dich bei den Aldi-Dingern gestört? Die waren nicht ganz kompatibel mit meinen Ohren. Also die, das waren die zweitbesten. Also die sind so direkt hinter den Plantronics-Teilen. Man muss natürlich sagen, die haben nur 30 Euro gekostet. Und das ist natürlich ein 50 Euro Unterschied. Die sind super verarbeitet gewesen oder sind sie immer noch. Und der Klang, die waren sie jetzt auch nicht schlecht. Sind jetzt keine super Hi-Fi-Qualität. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, ich habe die Dinger hauptsächlich zum Laufen getragen. Ich muss gestehen, ich habe da echt andere Sorgen. Nee, du kaufst ja auch nicht. Also du kaufst ja keine Bluetooth-Kopfhörer. Ja, ganz genau. Qualitäten. Also die von den Plantronics, die sind ziemlich in Ordnung von der Audio-Qualität. Klar, auch wieder was anderes, als was kabelgebundenes, so wie hier sowas Vernünftiges. Aber die gehören definitiv zu den besseren Bluetooth-Kopfhörern. Klanglich ist immer noch dieser Sony Ericsson MW600, den ich auch mal vor 100 Jahren gepickt habe, ganz weit vorne. Das ist halt so ein Dongle, wo ich halt bliebige Kopfhörer anschließen kann. Der nervt mich halt, weil da wieder irgendwo ein Kabel ist und ich muss den klippen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, nein, es steht das Kabel nach oben und sticht mir den Hals und ich blute die ganze Zeit beim Laufen. Das ist alles. Ja, also deswegen... Ach ja, was ich noch empfehlen kann, sollte sich jemand sagen, ja, ich nehme diese Kopfhörer in Anspruch. Ich kann empfehlen, die sich einmal um den Kopf zu legen und dann hinten dieses, so eine U-Schlaufe zu machen im Kabel und das Kabel mit einem Kabelbinder oder Isolierband zusammen zu machen, dass das Kabel insgesamt etwas kürzer wird und nicht ganz so weit nach hinten runterhängt. Außer du hast halt so einen Nacken. Ja, wo das dann direkt anliegt und dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Okay.